Ein neuer Tag mit neuen Taten. Unser erstes Vorhaben, das Einbinden einer Präsentation, die offen liegen bleibt, einfach zu lesen und zu beschreiben ist und einen großartigen Eindruck hinterlässt. Wir stellen Ihnen unser V-Paper kurz vor. Öffnen Sie das Paket, legen Sie das V-Paper in Ihren Tintenstrahl oder Laserdrucker, wählen Sie die Druckfunktion und los geht's. Nachdem Ihre Dokumente auf V-Paper gedruckt sind, können Sie gebunden werden. Sie haben jetzt eine Präsentation, die offen vor Ihnen liegen bleibt. Ihr Papierverbrauch sinkt um 33%. V-Paper, die umweltfreundliche, strahlend weiße Layflat-Lösung, ist einfach zu handhaben und mit jedem Bindesystem erstellen Sie im Handumdrehen einen eindrucksvollen Eyecatcher. Das Ergebnis, eine perfekte Layflat-Präsentation. Umweltschonend, brillant weißes Papier. V-Paper macht Dokumente leichter lesbar und beeindruckt mit seinem Layout. Das Beste daran ist, dass Sie niemanden brauchen, der ein Layflat-Dokument für Sie erstellt. Hinterlassen Sie einen professionellen Eindruck mit unserer innovativen V-Paper-Technologie.